Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es nochmal um unsere beste Freundin Aline Bachmann und den nächsten Part aus dem Livestream, wo sie einen Ausraster auf Nella hatte. Und Nella, ja, ziemlich krass beleidigt, beziehungsweise, ja, Dinge behauptet, ja, die Richtung Rufmord und Verleumdungen gehen, meines Erachtens. Denn dort wird einfach behauptet, dass Nella mit verschiedenen Selbstmorden was zu tun hatte, unter anderem auch Kascha Lennart. Und bei Kascha Lennart war das was vollkommen anderes. Kascha Lennart ist aufgrund der Thematik mit Jerome Boateng leider Gottes sehr massiv beleidigt und gemobbt worden. Durch einen Mob von Leuten, die meist Bayern München Fans waren oder Jerome Boateng Fans. Und das ist ein riesiges Ding geworden. Bayern München hat mit die meisten Fans auf der Welt. Das ist der größte Klub der Welt mit den meisten Mitgliedern, den meisten Fans in Deutschland. Und da kommt dann nur abgeschlagen Dortmund dahinter, ja. Bayern, da wird so gemunkelt, haben um die 20 Millionen Sympathisanten und Fans. Dortmund dagegen so um die 11, ja. Also nur, dass ihr das so ungefähr einordnen könnt im deutschsprachigen Raum. Und das ist natürlich eine ganze Menge an Leuten, wenn dann plötzlich einer der Top-Innenverteidiger Probleme mit seiner Ex hat, dann kann das ganz schnell auch mehrere Tausend oder mehrere Zehntausend Leute dazu bringen, schlimmste Nachrichten an die zu schreiben. Und das ist bei Kascha Lennart der Fall gewesen. Und sie war dann in der Bild- und Co-Thema und hat sich dann leider Gottes das Leben genommen. Da gibt es, wie gesagt, auch dutzende Quellen zu, da muss man auch mal sehr vorsichtig sein, wie man darüber berichtet. Aber ich denke nicht, dass Nella jetzt die Führerin darin war, in irgendwelchen Gruppen Leute auf Kascha Lennarts Seite zu bringen und die dort tot zu halten. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Nella sowas macht, die eigentlich in den letzten Jahren durch ihre öffentliche Arbeit auch auf Twitter als Aktivistin, als Hackerin, auch mit der Polizei zusammengearbeitet hat, um gerade auch Leuten zu helfen, die in der Not sind und meines Erachtens nicht dafür einstehen könnte und in den Spiegel gucken könnte, wenn sie auch irgendwas mit dem Kascha Lennart-Vorfall oder dem Fall Kascha Lennart zu tun gehabt hätte. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Auch andere Selbstmorde werden da einfach mit reingeworfen. Also einer reicht ja nicht. Es war dann von dreien dort die Rede. Also wie gesagt, ich bezweifle alles sehr stark. Was jetzt aber alles dort im Endeffekt abging und was nicht, das weiß am Ende auch nur Nella und da muss dann halt Nella nochmal was zu sagen. Ich hatte auch sie angeschrieben und sie möchte aber erstmal Ruhe haben und wie gesagt, wenn sie sich hier nochmal äußern möchte, kann sie das gerne tun. Das ist für mich auch vollkommen in Ordnung, dass man jetzt nach dieser Doku und nach diesen ganzen Briefen oder Nachrichten, die man da bekommt am Tag, vielleicht auch einfach mal eine Pause braucht. Das ist vollkommen verständlich. Ich wollte es hier nun mal mit erwähnt haben, dass ich natürlich auch die Leute vorher frage. Aber Aline Bahamann haut einfach in ihrem Livestream ungefiltert raus. Und wie gesagt, das geht dann schon Richtung Verleumdung, Rufmord und Co. Meines Erachtens, ihr könnt mich gerne, wenn ihr Justen seid, aufklären, was das sonst sein soll. Ich fand es auf jeden Fall heftig und zeige euch jetzt hier die Passage. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Du warst in einer Beziehung mit so einem Psychopathen, Nella. Du stellst dich in der Öffentlichkeit als liebe Hackerin hin, die der Justiz hilft, ne, Nella. Dabei bist du diejenige, die mit so einem Typen zusammen war, die den Discord mit gegründet hat. Das bist du, Nella. Aber nach außen hin, in der Öffentlichkeit hinstellen, Moralpostel, ich bin die Beste, ich helfe allen. Scheiß machst du. Du bist genauso dafür mitverantwortlich, dass eine Mutter sich das Leben genommen hat. Ja? Und ich sag's jetzt nochmal, Leute. Es gibt zwei Selbstmorde, die auf diese Scheiße, ja, es gibt zwei Selbstmorde. Zwei Selbstmorde gab's. Und der schlimmste Selbstmord aus dieser Gruppe ist die Mutter mit ihrem Kind. Eine Mutter. Eine Mutter, die ihr Kind verloren hat. Da sind die Hater an die Grabstelle des Kindes gegangen. Die Frau hat sich das Leben genommen. Da auch wirklich die Hand hinzureichen, weil du halt nie weißt, wann du jetzt die Nächste bist bei ihr. Nella zum Beispiel ist eine Hackerin, die ist eigentlich für den guten Zweck. Sie ist die Ex-Freundin von meinem Hacker damals. Der Hacker, der Alines komplette Daten veröffentlicht hat. Der Paterjana ist sein Ex-Freund. Hat sie damit recht? Wir sind ja Freunde gewesen, ja. Aber, ähm, was sie halt... Aber, aber, was, aber, ähm, ja. Dass ich ja diejenige war, die ihn dazu gebracht hat, aufzuführen. Nellas... Sie soll diejenige gewesen sein. Und soll ich euch jetzt mal ein was dazu sagen? Da kommt jetzt auch ein Insider von mir mit Nella. Was ist denn mit Kaja Lehnhardt? Boateng. Befasst euch mal mit dem Fall. Kaja Lehnhardt. Kaja Lehnhardt. Boateng. Ich sag euch ein was, damit ihr so ein bisschen kapiert, was bei Kaja Lehnhardt passiert ist. Carsten Stahl wollte ja schon lange aufdecken. Soll ich euch mal was zu Kaja Lehnhardt sagen? Was ich gehört habe von Redakteuren zum Fall Kaja Lehnhardt, die sich umgebracht hat? Auch die hatte eine Hatergruppe. Und da sollte auch eine Nella ihre Finger drin gehabt haben. Oder, Nella? Warst nicht auch dujenige, die was gegen Kaja Lehnhardt hatte, ein Problem mit ihr? Du hast ja mit mir auch ein Problem, Nella. Hattest du nicht auch mit Kaja Lehnhardt ein Problem? Und soll ich euch jetzt mal ein was noch zu Kaja Lehnhardt sagen? An alle, die die... ...dem Podcast gehört haben zu Kaja Lehnhardt. Kaja Lehnhardt. Und alle... Man möge Boateng hinstellen, wie er ist. Frauenschläger, blieblablub. Aber ich kann euch ein was zur Thematik. Kaja Lehnhardt sagen, auch sie hatte eine Hatergruppe. Auch Kaja Lehnhardt hatte eine Hatergruppe. Selbst der... ...aus der Gruppe der Hater, Haribo nennt er sich. Der Hacker hieß Haribo. Hat Kaja Lehnhardts Mutter eine E-Mail geschrieben. Nach dem Tod von Kaja Lehnhardt. Und hat sich entschuldigt. Er wollte gar nicht, dass es so weit kommt. Und soll ich euch jetzt mal ein was sagen? Kaja Lehnhardt hatte genau die gleiche Scheiße. Wie ich, wie andere. Kaja Lehnhardt. Gut, die hat sich vielleicht auch umgebracht wegen dem ganzen öffentlichen Druck, wie eine Bild-Zeitung, wie alle auf sie gehetzt sind. Aber auch eine Kaja Lehnhardt hatte eine Hatergruppe, wo Nella auch ihre Finger drin hatte. Eine Kaja Lehnhardt hat sich das Leben genommen. So, und jetzt sage ich euch noch ein was dazu. Damit es hier oben klingen macht. Damit es hier oben klingen macht. Kaja Lehnhardt hat in dem Podcast ihrer Freundin per Sprachnachricht erzählt. Ich habe Probleme mit der Polizei. Ich wurde von der Polizei angerufen. Und bei mir im Auto wurde Koks gefunden. Kaja Lehnhardt hatte nie was mit Drogen zu tun. Nie hatte die was mit Drogen zu tun. Und Kaja Lehnhardt hat im Podcast ihrer Mutter oder ihrer Freundin eine Sprachnachricht gemacht. Ey du, ich wurde gerade von der Polizei angerufen. Bei mir im Auto wurde Koks gefunden. Die wollen mich verhaften, die wollen mich verurteilen, die wollen mich verklagen. Der Anruf von der Polizei. Heftiges Thema auf jeden Fall. Gerade der Fall Kaja Lehnhardt, den habe ich ja hier und da auch schon auf meinen Kanälen berichtet. Und fand das ganz, ganz schrecklich. Jerome Boateng ist für mich ein sehr zwielichtiger Mensch in meinen Augen. Der ja auch jetzt verurteilt wurde in einem anderen Fall. Und da muss man halt gucken, wie weit das jetzt noch geht. Er hat halt genug Geld für Anwälte, um sich da auch zu schützen. Wenn er unschuldig sein sollte, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, dennoch muss man sagen, sehe ich ihn persönlich sehr kritisch. Und alles, was rund um Kaja Lehnhardt und auch seine Ex-Freundin dort passiert ist, ganz, ganz fürchterlich. Und ja, da kann man eigentlich jetzt nicht so viel Positives zu diesem Mann sagen. Auch wenn er Weltmeister geworden ist und alles mit Bayern München gewonnen hat, was man so gewinnen kann, sehe ich ihn nicht nur, weil ich Dortmund-Fan bin, sondern einfach ein Mensch mit dem Herz am rechten Fleck. Durchaus sehr kritisch. Und das solltet ihr auch tun. Und hat ja auch nicht umsonst einen ordentlichen Shitstorm die letzten Monate und Jahre abbekommen. Ansonsten bin ich gespannt, wie das Ganze jetzt weitergeht. Auf jeden Fall wildeste Behauptungen von Aline Bachmann, ohne irgendwelche Belege da zu liefern. Wie gesagt, dass man diese Telegram-Gruppe dort aus ihrer Sicht sehr kritisch sieht, meinetwegen. Aber so wild da mit den Namen um sich zu werfen und wildeste Behauptungen aufzustellen. und teilweise auch zu lügen offiziell, wie es auch in dieser Doku der Fall war. Das ist dann schon eine harte Nummer. Aber wie gesagt, zu der Doku kommt auch noch ein Video. Wenn euch das interessiert, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao. Bis dann.